Hier in Emskirchen PSI Altschauerberg Das ist Drache Isolation Ach hier sieht es auch wieder nicht so schön aus Sieht alles gleich aus vor allem Was akustische Signale weisen auf ein Ressourcenlager in der Nähe hin Was für akustische Signale? Ich weiß es nicht Ich habe eine Torx-Stange schon wieder Ich habe keine bei mir Du hast doch einen in der Hose Oh hier lag aber ein Militantrieb Oh geil Gut das heißt wir brauchen irgendwo eine Waffenbank Toll danke Spiel Man kann auch nicht immer an alles nehmen Oh mein Gott Das Ding schon wieder Es ist schon wieder Ah der Fahrstuhl geht in den Fahrstuhl Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich würde hier aber gerne wieder zurück Nö Mit einer Waffenbank Das ist jetzt verkackt Arsch, Wichs, Krüppel Kopf Oh Das hört sich wieder nach unten Fischern an Da unten Oh das letzte Toch Das letzte Toch Da oben Ja schief Auf was denn Da ist nichts mehr Ich komme nicht an dir vorbei Nein Du Verdachter Was machst du Jetzt noch Loot Dann hole ich mir das Hilfe Ich war nach unten Ah ja Viel Spaß Was machst du da Ich habe hier auch einen Fahrstuhl Ich gehe mal den lang Ey Ich verstehe dieses Ding glaube ich Glaubst du Oh bei mir kommt Nein Bomben Ich hänge hier im Fahrstuhl fest Ne Ja Und ich bin am kämpfen Ich kann dir leider nicht helfen Ja doch Du musst gerade alleine Irgendwann mich klarkommen Ne Ich schaff das Alles gut Oh nein Oh nein Okay Ich habe keine Muni mehr Wie schnell verlierst du deine Muni immer Nein Nein Ah ich fahre nach oben Junge Wie viele kommen da noch Der Fahrstuhl Du musst den Fahrstuhl nach oben holen Ja Nee Über Gegner Hier sind wir bei dir Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Hier sind Gegner Ich will zu dir Willst du nicht Oh der kommt hoch zu dir glaube ich Das ist jetzt aber scheiße Ich habe keine Muni Ey na 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 Du Baby Ah ii Das Ding ist direkt neben mir Ich habe irgendeine Fernsteuerung gefunden Nein Ahhhh Junge Er hat doch auf mir so Angst zu machen Was ist das denn? Wieso schreit denn diese alte Mutti Wieso schmeckt Schreit denn diese alte Mutti hier die ganze Zeit rum Wir müssen wieder hoch Ach nee Glatt nach Alles gut Da rein Hier ist noch Muni Für lauter Geek Da hinten Ja komm Ey Er ist schon wieder reingekrabbelt Ah Ah da ist einer Geh doch rein Oh nee warte mal da ist doch was Boah scheiße mein Hals man Ja Wichser hilft Glaub nicht Ja Fernsteuerung Fernsteuerung Eine habe ich gefunden gehabt Ja Aber es fehlen noch zwei Wie Ich weiß übrigens nicht was ich hier tue ne Ich schmerze schon Damit das klar ist Oh ne Waffenbank Jawoll Der macht irgendwie so was komisches gerade bei mir bei der Waffenbank Remote Funkcontroller und noch was fehlt Medizinische Hilfe Feuerrat nachladen Bot ist zurückgekehrt Ah ich habe einen Pilzring neu So viel Oh mein Gott Wir haben so viel Zeug bekommen Oh ja Erstmal mache ich Eine Torquay Stange Und ich schalte mal die restlichen Upgrade Platinen frei Da hätten wir noch zwei Aber keinen Wolfram mehr Militär antreten wir Oh Gott Ich hab jetzt nur Platinen eingesetzt Ich weiß nicht ich muss mal gucken wochen herstellen will ich ja nicht ich will ja Upgrade machen Habe ich da jetzt irgendwas Neues Da nicht Hier haben wir die Stasse Hilfe Da nicht Da nicht Was ist das denn Vom Spieler verbraucht sie das erste Hilfe Pack Pakete heilen auch den Gegner Achso dieses erste Hilfe Teil Wo hast du das gefunden Ich weiß nicht Irgendwo bei Erweiterung 2 ist das bei mir Okay Die Fraktionsring Produziert eine Maschinenkanone Die spitze Bolzen abschießt Ja finde ich glaube ich besser als dieses chronische Ding Also mit der Dauer merkt man richtig dass dieses Waffen Upgraden und so das ist eigentlich gar nicht so scheiße Das ist ein bisschen komisch irgendwie Ja es ist nicht wirklich gut aber Es ist halt scheiße auch dass man nur zwei Waffen haben kann Ja das ist total scheiße Du hast so viel Auswahlmöglichkeiten wie du deine Waffe gestalten kannst Aber nur zwei Slots für die Ja ja Dann sollen die halt weniger Munition im Spiel droppen lassen oder so Ja Oder unterschiedliche Munition Aber nein Das ist die große Frage Wie lange du noch brauchst Nee äh Oh ich kann Mühlen hier kann ich bauen Oh Eine aus Valhalla stammende Waffe Eine erweiterte Maschinenblitzkanone Nee den werde ich aber nicht haben Mühlen hier Ich will ja keine Valhalla haben So was fehlt dir Einschüchterer da Guck mal Altmitte habe ich genügend Mittlerweile Halbleiter fehlen mir noch ganz viel So safe Habe ich da denn irgendwelche Sachen die ich nicht brauche Starze Hilfe Kann ich ein Brauche ich nicht Brauchst du eine Starze Hilfe Vom Spielerverbrauchte Starze Packs Laden auch die des Partners auf Nö Ja verkaufe ich das Was auch immer verkaufen bringt Ich weiß es nicht Ob das überhaupt irgendwas gebracht hätte Oder ob ich die Sachen jetzt weggeworfen habe Roboter platzieren bitte Also ich weiß dass man Du kannst ja diese upgrade platzieren Die kannst du verkaufen Die bringen Ja ressourcen Und da verkaufe ich mittlerweile Die Dinger die halt Ja nur noch einen Punkt machen Weil diese kombinierten sind halt deutlich besser Und da ist ja klar Ja ich hab halt erstens mal Die anderen Platinen auch freigeschaltet Und ich hab nicht so viele gefunden Dass ich welche verkaufen bräuchte Doch ich hab ganz viele irgendwie Du kannst halt Vier Platinen pro Waffenslot machen Naja Also so acht Stück in eine Waffe komplett Ich wollte noch mal gucken Was brauche ich jetzt noch für den Eigenschüchter Fehlt halt noch viel Halbleiter Und Wolfram Das ist das Hauptproblem Warte mal Habe ich Ja genau Ich wollte das Ding auch gerade starten Meiner fährt schon rum hier Alter Alter Aber irgendwie Fehlt hier jetzt noch was Oh Muss ich nochmal gerade kurz wieder an die Bank Ist bestimmt Hä Shuttle Remote Zusätzlich Teile benötigt Hä Ist das richtig so Achso Oh Ich hab außerdem irgendwie Was unteres weggemacht Äh Achso Ach jetzt verstehe ich Okay ich hab irgendwie Hab ich Kacke gebaut Lele 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 Mir gefällt mein Doppelpunct Immer noch gut Könnte ja wenigstens Beide Waffen auf einmal abschießen Wär's noch geiler Ja gut, das wäre aber ein bisschen, wie ich weiß nicht, komisch. Wird halt den dicksten Schaden drücken der Welt. Naja. Lass mich mal gerade kurz. Aus 100 Jahre, Amena Käum. Ich weiß, aber dafür habe ich gleich tolle Sachen. Hilf mir ja nicht. Ich habe nämlich jetzt eine Minigun. Oh. Wenn es richtig geklappt hat. Setz mal ein Bo vor dem, was da steht. Verstehen Sie? Nein, also. Ich kann nicht schießen. Gute Idee, seine Munition zu verschwenden, wenn man schon kaum welche hat. Das Ding ist übertrieben. Da liegt was. Ich werde es haben, ich werde es haben. Ein Remote-Funkontroller, den brauchen wir. Jawohl. 2 von 3 Teilen. Oh nee. Das Ding ist von meiner Minigun, ich habe einfach mehrere Magazine, 5 Stück oder so habe ich. Okay. Aber können wir das hier nicht benutzen? Können wir nicht. Wir können die Leiter hier hoch. Guck mal. Ah, ich habe das dritte Teil. Das ist bestimmt noch mehr Zeug hier, oder nicht? Na ja, Muni. Hä, sind wir im Kreis gelaufen? Ja. Oh, Achtung! Hä, wo sind die Gegner? Das hat mich gerade angesprochen und ist runtergefallen. Komm hoch. Ich höre hier Geräusche. Das ist das Vieh, was runtergefallen ist. Ach, ist das wieder so ein verbacktes? Ja. Alter, ich will nicht. Aber das braucht uns ja nicht mehr stören. Ja, das ist ja auch nur ein bisschen laut. Dann ist es weg, die Scheiße. Du kennst dich mit dem Teil aus, wir nutzen es. Ja, eben. Ich drücke E und irgendwelche Pfeiltasten. Wir fahren. Da. Müssen wir noch was machen? Sind wir richtig? Einsetzen? Hä? Oder müssen wir das in unserer Werkung einsetzen? Stimmt, weil an der Bank wird ja irgendwie immer was angezeigt, deswegen, ne? Guck mal. Guck mal herstellen. Baselhilfe. Ah, perfekt. Oh, hört sich schon an. Oh! Kick da, Mann! Komm doch. Le, le, le. Le, 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 le. Hier, wie geht das jetzt? Weiß nicht, ich drücke einfach mal. Jetzt, ein damit. ich kann die schattel anzeigen sehen moment ich versuche es zu starten ja bitte nicht gut es hat keinen treibstoff mehr moment auf der oberen etage soll eine tankstation sein ich sende ihnen die koordinaten okay ich ziehe los und betanke das shuttle danach können wir ein neustart probieren ich werde ich weiß wo wir ihn müssen runter ich habe da so eine intention attention ist ein kuchen sohn so falsch auch kaum noch mehr leitern hier geht es ist doch ein leiter und fahrstuhl spiel ich ja da kannst du nix erzählen die level designer haben sich echt mühe gegeben die waren gut doch nicht hoch was denn ja achswerfer wieder hier sind ein paar als schauerberger bürger hinter dir hinter dir hinter dir der aktie aber noch einer reiner stopp nein der schlägt mich kaputt man er hat mir einfach so eine combo gedrückt ich habe langsam keine heil dinge aber ich werfe zu schnell weg was ist das denn wenn die triebwerke jetzt aber angehen wäre scheiße ne ach ist doch in ordnung hier kannst du deine stase aufladen hier haben wir nix aber das ist eine leiter wir sollen nicht runter ich wie gesagt nein ja und dann ist hier bestimmt loot ja eine abgehört platine oh und noch eine extra tür ah hä oh hä ich bin einmal im kreis wieder gelaufen oh ne warte jetzt mal wir hätten hier nicht reingekommen weil die von außen fährige achso würde ich jetzt mal so sagen ja das hört sich nach einer guten lösung an j b sondern du b